Hi, hier ist wieder der Herr Fabi von Happy Book Campus. Heute mal ein bisschen anderes Video und zwar, es gibt ein Gewinnspiel und ich bräuchte deine Hilfe. Was dich genau erwartet und wie du am Gewinnspiel teilnehmen kannst, erfährst du in den folgenden Minuten. Ja und ich bin eben ganz aktuell am überlegen und nachdenken und brainstormen, welche Inhalte dir oder euch eben gefallen können, die dir weiterhelfen und so weiter. Und bräuchte dazu eben dein Feedback in Bezug auf unseren YouTube Kanal, unser Lernpaket, aber auch allgemein, welche Gedächtnispaläste und so weiter sollen wir für dich bauen. Und deswegen brauche ich eben dein Feedback. Ja und es soll eben eine Win-Win-Situation sein. Du gibst mir quasi dein Feedback und im Gegenzug kannst du eben ein Lernpaket von uns gewinnen. Wie läuft das ganze Gewinnspiel ab und was musst du dafür tun? Die Grundvoraussetzung ist dafür, dass du schon mal unseren YouTube Kanal abonniert hast und dem Video, das du jetzt anschaust, einen Daumen nach oben gegeben hast. Ansonsten, die erste weitere Bedingung ist folgende. Ja eben, als erstes schreib mir unten in die Kommentare, welche Themen, Inhalte du dir hier auf unserem YouTube Kanal in Zukunft wünschen möchtest, welche dir besonders gut gefallen oder auch ganz konkrete Themen, wo du sagst, du hast Probleme oder auch Fragen. Schreib das also als erstes schon mal gern in die Kommentare. Ja und mir ist es eben ein persönliches Anliegen, dass wir nicht irgendwelche Inhalte produzieren, sondern wirklich die Inhalte, die dich oder euch eben ansprechen, die euch helfen. Und deswegen schon mal vielen Dank für dein Feedback und ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Dann der zweite Punkt, den du auch quasi mir als Feedback mit in deinen Kommentar schreiben kannst oder mit reinpacken kannst. Und zwar die Frage, würdest du von uns dir auch ja klinische Themen wünschen? Wir sind gerade am überlegen, sollen wir auch mit klinischen Themen anfangen oder sollen wir uns erstmal hauptsächlich auf die Vorklinik und vorklinische Themen konzentrieren und gib da gern dein Feedback, deine Meinung dazu, was du am besten findest oder ob du sagst vorklinische Themen, aber auch klinische Themen. Wie auch immer, sag mir gern, ja, was dich am meisten ansprechen würde oder was dir am meisten helfen würde. Und ja, damit wir da auch wissen, wie wir in Zukunft weiter ja vorgehen sollen. Ja, dann als dritten Punkt, schreib außerdem mit in die Kommentare, welche positiven Erfahrungen du mit Happy Book Campus gemacht hast, mit unserem YouTube-Kanal, vielleicht mit unserem Lernpaket, Workshop, was dir vielleicht auch am besten gefallen hat. Und ja, pack das gerne in einen Kommentar. Du kannst es gerne durchnummerieren. Erstens eben Feedback geben, was du hier auf unserem YouTube-Kanal dir ja an Themen wünschst. Zweitens, ob du dir mehr klinische, vorklinische Themen oder beides wünschst. Und drittens, wie gesagt, kannst du das Ganze durchnummerieren, ja, welche positiven Erfahrungen du bisher mit Happy Book Campus, mit unserem YouTube-Kanal, Lernpaket oder was auch immer gemacht hast. Auf jeden Fall sage ich schon mal vielen, vielen Dank. Ja, ich drücke dir die Daumen, dass du beim Gewinnspiel gewinnst. Ja, was kannst du jetzt eben im Folgenden gewinnen? Zwei Lernpakete von uns. Und zwar wird es so sein, ich werde zufällig dann zwei Kommentare oder zwei Personen aus den Kommentaren eben auswählen, die die Bedingungen ja eingehalten haben. Und davon bekommt jeweils eine Person eben unser Lernpaket. Ja, ansonsten freut es mich, wenn wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Dann wieder mit Lerntipps, mit ja eventuell Gedächtnispalisten, Lerntechniken und so weiter. Bis dahin, viel Glück beim Gewinnspiel. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Schon mal vielen Dank für dein Feedback und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut. Ciao. Ciao.